Wow! Einmal. Einmal. Eigentlich bin ich nur nach vorne in dieser Ausfall. Ich bin natürlich als Einziger auf die Idee gekommen, heute Schlitten fahren zu gehen. Äh, Schlittschuh fahren. Haufen. Bist du schon bereit, Mama? Ja, ja. Ich bin bereit. Okay. Na, Leni, bist du bereit? Oh nein! Oh nein! Okay. Oh! Nicht schlecht, nicht schlecht! Ich hoffe, seit letztem Jahr nicht mehr. Let's go! Ein bisschen rücken nach hinten. Gut. Sehr gut. Ja! Mama, so Jenny. Wenn du bis die Knie gehst, dann gehst du rein. Nicht so steif die Beine. Genau. So, ein Popo wurde im Hinblick. So. Na ja, nicht ganz so weit runter. Ja, erst natürlich das Gefühl fürs Abpusten. Der kommt dann von selbst rum. Oh, wie süß. Oh! 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 Wir hätten noch so eine... Der hat keinen rausgeschossen, aber! Ja, du kannst auch weg. Der kommt hier rein. Oh, nicht die Taube da drüber. Die Taube nach links. Der geht weg. Und tschüss. Ah! Oh! Komm! Der warte! Oh, komm, dann! Los! Wir wollen mal ein Traum gehen. Hey! Ja, mach bisschen Zeit. Du schaffst es schon! Da kann ganz lang sitzen zu Papa jetzt. Der wird immer hektisch, wenn er zu uns kommt, ach komm lass, let's go, na auf, ja, ja du hast es, du hast es geschafft. Oh Gott, so hast du alle vonhaft. Sieh, ist der Lenny hier. Hey, der Lenny, die wir holen. Maschinen. Ja! Okay, Lenny, let's go! Komm mal! Ja, komm, steh wieder auf! Ja, schön. Nein, nein, ich werde auf dem Schlitten. Ich werde da nach. Ach, schon wieder? Aha! Oh nein, wir sind entkommen! Mann, das sind so langsame Diebe hier, da kommen sie gar nicht vom Fleck. Ja, Mama! Ich bin nicht schnell, ich werde Polizisten.